Gleich bei TV Berlin Aktuell. So viel zahlen Sie ab sofort bei Fehlverhalten, die Chancen in der Krise und wie Berlin Partner Unternehmen hilft. Und damit hallo und herzlich willkommen zu TV Berlin Aktuell. Seit gestern ist ja draußen der neue Bußgeldkatalog bei Vergehen in der Corona-Krise. Claudia Patac hat sich den einmal genauer angeguckt und fasst ihn zusammen, was da drin steht. Und unser Lukas, der geht direkt im Anschluss zum Pressesprecher der Berliner Polizeigewerkschaft und unterhält sich mal mit ihm, was die denn von diesem Bußgeldkatalog so halten. Jetzt geht's ans Eingemachte. Die Berliner Landesregierung hat einen Bußgeldkatalog beschlossen. Geahndet werden alle Verstöße gegen die geltenden Corona-Regeln. Hier einmal die wichtigsten Punkte daraus. Abstand halten ist bekanntlich der Frühjahrstrend 2020. Wer sich also nicht an die vorgegebenen anderthalb Meter Abstand hält, muss tief ins Portemonnaie greifen. Denn es werden bis zu 500 Euro fällig, wenn ihr zu sehr auf Kuschelkurs gehen solltet. Übrigens, achtet der Supermarkt eures Vertrauens bei Warteschlangen nicht auf den Sicherheitsabstand? Da kann schnell eine Rechnung von bis zu 2500 Euro die Buchhaltung beschäftigen. Es soll ja auch Menschen in Quarantäne geben, die aus irgendwelchen ominösen Gründen das Haus verlassen. Ja, was sollen wir sagen? Lasst das besser. Denn wer trotz Hausarrest unterwegs ist, kann sich eine Rechnung von 2500 Euro einhandeln. Wer von euch gesund ist und trotzdem gegen die Ausgangsbeschränkungen verstößt, der wird mit bis zu 100 Euro Strafe dekoriert. Ist zwar wesentlich weniger Geld, aber ärgerlich bleibt es trotzdem. Apropos das Haus verlassen. Auch Besuche bei Omi und Opi im Altersheim sind nicht mehr erlaubt. Wer trotzdem bei unseren Senioren vorbeischaut, der sollte sich nicht wundern, wenn bis zu 1000 Euro fällig werden. Dasselbe gilt übrigens für Besuche im Krankenhaus. Und auch die Einrichtungen kann es teuer zu stehen kommen, wenn sie gegen das Verbot verstoßen. Wer jetzt noch auf die verrückte Idee kommt, eine Corona-Party zu schmeißen, kann sich auf eine hohe Rechnung gefasst machen. Denn die Durchführung von Veranstaltungen kann bis zu 2500 Euro kosten. Eure Gäste können übrigens auch zur Kasse gebeten werden. Bis zu 500 Euro Strafe droht jedem, der sein Bier nicht alleine trinken kann. Na dann mal Prost! So richtig teuer wird es für alle Betreiber von Cafés, Fitnessstudios oder Hotels. Denn wer seinen Betrieb trotz der Corona-Krise öffnet, der darf sich nicht wundern, wenn er zu einem fünfstelligen Betrag verdonnert wird. Bis zu 10.000 Euro kann es kosten, wenn man gegen dieses Verbot verstößt. Besondere Zeiten erfordern nun mal besondere Maßnahmen. Der Blick ins Portemonnaie zeigt, noch nie hat sich Zuhausebleiben so sehr gelohnt wie jetzt. Gestern kam der Berliner Senat zusammen und er hat die Beschlüsse abgeändert von Kontaktverbot. Sie von der Gewerkschaft der Polizei sind sehr unzufrieden mit denen. In der Pressemitteilung kritisieren sie, dass es eine faktische Aufhebung der Ausgangsbeschränkung wäre. Also zunächst mal freuen wir uns, dass der Berliner Senat sich gestern auch auf den Bußgeldkatalog verständigt hat. Weil unsere Kolleginnen und Kollegen ja in den letzten Tagen schon Strafanzeigen geschrieben haben. Und teilweise eben auch Verstöße notiert haben. Und die Leute jetzt auch wissen, was sie dann das kostet. Und wenn man ans Portemonnaie geht, dann wissen die Leute auch, okay, jetzt sollten wir uns vielleicht daran halten. Das große Problem ist, dass der Insenator Montag noch gesagt hat, es gibt keine Lockerung der jetzigen Verordnung. Und das, was wir gestern Abend gesehen haben, ist faktisch genau das. Es sind jetzt Lockerungen angesetzt worden, womit die Umsetzung letztlich dieser Verordnung nicht mehr möglich ist für Polizei. Ja, ist ganz einfach daran zu gesehen. Also man hat ja Kontaktbeschränkungen. Das heißt, man darf sich ohne triftigen Grund nicht draußen aufhalten. Und auch maximal mit dem Haushalt oder der Familie oder einer Kontaktperson. Wenn sie jetzt keine Ausweispflicht mehr haben, dann ist die Frage, wie sollen unsere Kolleginnen und Kollegen das denn nachweisen, dass die Personen in einem Haushalt sind? Also wenn man jetzt als normaler Bürger denkt, es gibt jetzt einen Bußgeldkatalog, jetzt gibt es Klarheit. Das Gegenteil ist eigentlich der Fall. Es ist überhaupt keine Klarheit. Also in der Verordnung steht, an erster Stelle steht, sie haben in ihren vier Wänden zu sein, wenn sie nicht einen triftigen Grund haben. Die Gründe sind ein Arztbesuch, ein Supermarktbesuch oder Sport und Bewegung an der frischen Luft. So Bewegung an der frischen Luft ist ein Spaziergang. Jetzt sind auch Erholungspausen möglich, ohne zeitliche Beschränkungen. Das heißt, ich darf mich auf eine Parkbank setzen, ich darf mich auf eine Decke legen, muss natürlich fünf Meter Abstand halten. Okay, dann kommen die Kolleginnen und Kollegen mit dem Zollstock und werden das überprüfen. Aber sie haben keine zeitliche Beschränkung mehr. Und ganz ehrlich, wie wollen sie mir denn nachweisen, dass ich mich nicht gerade auf der Parkdecke hier erhole? Das heißt, das Einzige, was unsere Kolleginnen und Kollegen jetzt noch machen können, ist wirklich die Verstöße und die Regeln auch in Restaurants, gastronomischen Betrieben, Einrichtungen letztlich durchzusetzen. Aber in die Parks brauchen wir an den Wochenenden eigentlich keine Hundertschaften schicken, weil keine Handlungssicherheit mehr besteht. Und was jetzt definitiv der Fall ist, ist, dass der Senat schön die Verantwortung weggeschoben hat. Man hat uns als Gewerkschaft der Polizei vorgeworfen, dass wir hier polizeiliche Willkür fordern. Faktisch sind unsere Kolleginnen und Kollegen jetzt genau dazu verpflichtet, weil der Ermessensspielraum ja letztlich beim Kollegen liegt und das letztlich im Nachgang juristisch anfechtbar ist und auch politisch. Das heißt, sie haben sofort den Vorwurf, hier zu diskriminieren. Und bei schönem Wetter werden die Parks sehr gefüllt sein. Das heißt, es ist auch nicht mehr transparent und es ist auch keine Gleichbehandlung mehr möglich. Das ist vollkommen okay, wenn der Senat es entscheidet. Ja, sorgt für weniger Arbeit von unseren Kolleginnen und Kollegen, weil die werden jetzt einen Teufel tun und in die Parks gehen, weil mehr als dort rumlaufen und mit dem Maßband mal die Abstände checken können, werden sie gar nicht machen können. Sie haben das gerade angesprochen, die Parks und der Wetterbericht. Auch wenn man heute schaut, das Wochenende wird wahrscheinlich strahlender Frühlingssonnenschein. Mit wie viel Sorge blicken Sie darauf dann? Naja, letztlich blicken wir dahingehend mit Sorge, weil wir die Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts gehört haben. Und weil wir noch lange nicht über den Berg sind, was die Eindämmung des Coronavirus angeht. Das heißt, wir müssen schon damit rechnen, dass es hier zu massiven Infektionswellen kommt, weil die Kontaktbeschränkungen nicht mehr einhaltbar sind. Es ist völlig verständlich, weil Menschen natürlich auch soziales Leben brauchen und rausgehen wollen. Deswegen finden wir es völlig in Ordnung. Was wir nur nicht in Ordnung finden, ist, dass man weiterhin darauf beharrt, dass die Polizei das durchsetzen soll und hier nach eigenem Ermessensspielraum was machen soll. Weil die Kolleginnen und Kollegen sitzen mit einem Bein quasi im Gefängnis, weil sie potenziell nur eine falsche Entscheidung treffen können und das jeder anfechten kann. Also es ist definitiv ein absolutes Drücken vor der Verantwortung. Der Gesetzgeber in dem Sinne politisch verantwortlich und der Senat hat hier auch eine Pflicht, letztlich einen Handlungsrahmen zu schaffen und auch transparenter Verordnungen. Ich muss sagen, in den letzten Wochen war es so, dass der Berliner Senat sehr deutlich klare Ansagen gemacht hat. Auch am Montag noch hat der Innenausschuss, der Innensenator gesagt, es wird keine Lockerung geben, wo es schon Forderungen gab von grünen und linken Innenpolitiker, ja, man kann doch picknicken auf einer Decke, das ist doch jetzt nicht so schlimm. Darüber kann man diskutieren. Klar ist aber, der Senat muss sich einig sein und muss sich auch darüber im Klaren sein, was er auslöst. Und wenn man sich jetzt hinstellt und sagt, dass die Verordnung nach wie vor gilt und die Leute sich daran zu halten haben, ganz ehrlich, wenn sie keine Strafen befürchten, werden die Leute in Teufel tun, sich bei 15 Grad daran halten. Alle für die Zeit nach Ostern geplanten Prüfungen zum Abitur und zum mittleren Schulabschluss in Berlin sollen trotz Corona-Krise stattfinden. Das teilte die Senatsverwaltung für Bildung am Freitag mit. Dabei seien für die Prüfungen, die ab dem 20. April starten, besondere Maßnahmen des Infektionsschutzes geplant. So seien die Prüfungsräume so einzurichten, dass je nach Raumgröße die Abstandsregeln eingehalten werden und sich nicht mehr als acht, in Ausnahmefällen maximal zehn Personen, gleichzeitig in einem Raum in normaler Klassenraumgröße aufhalten. Die Arbeitsplätze der Schüler sollten jeweils einen Abstand von zwei Metern umfassen. Auf mehreren Hochhausdächern in Neuhohen-Schönhausen ist am Freitagmittag ein Feuer ausgebrochen. Hier Bilder von einem TV-Berlin-Zuschauer. Eine große Rauchwolke zog über die Häuser und war von Weitem zu sehen. Insgesamt waren rund 120 Feuerwehrleute im Einsatz. Menschen wurden nicht verletzt. Nach Angaben der Feuerwehr handelte es sich um fünf direkt aneinanderliegende, jeweils zwölfgeschossige Mietshäuser. Das Feuer war auf einem Haus ausgebrochen und breitete sich dann über die zusammenhängenden Dächer aus. Am frühen Abend war das Feuer dann gelöscht. Mit Bildern aus einer Überwachungskamera sucht die Berliner Polizei nach einem Mann, der in Westend einen räuberischen Diebstahl begangen haben soll. Der Gesuchte betrat am Dienstag, dem 6. August 2019, gegen 12.05 Uhr einen Edeka-Markt am Bricksplatz und soll dort das Portemonnaie einer 73-jährigen Kundin gestohlen haben, das sich in ihrem am Einkaufswagen hängenden Einkaufsbeutel befand. Als die Bestohlene den Diebstahl bemerkte, folgte sie dem Mann und sprach ihn an, worauf er sie mit beiden Händen gegen einen Pfeiler geschubst haben soll. Die 73-Jährige stürzte und verletzte sich leicht an einer Schulter. Eine Kassiererin versuchte dann erfolglos, den mutmaßlichen Räuber an der Flucht zu hindern. Er entkam mit seiner Beute. Hinweise nimmt jede Polizeidienststelle entgegen. Die Fußball-Bundesligisten Hertha BSC und der 1. FC Union halten sich penibel an die Vorgaben der Deutschen Fußballliga. Während andere Vereine bereits wieder das Mannschaftstraining in Kleingruppen aufgenommen haben, trainieren die Profis der Berliner Erstligisten aktuell noch individuell, wie die Sprecher beider Vereine am Freitag auf Anfrage bestätigten. Am Sonntag endet die von der Deutschen Fußballliga empfohlene Trainingspause, an die sich nicht alle 36 Profivereine bis zum Ablauf der Frist gehalten haben. Hertha und Union wollen, wie von der DFL vorgegeben, das Training in kleinen Gruppen starten. Bei beiden Clubs ist die finale Entscheidung über das Kleingruppentraining aber noch nicht gefallen. Wer aus der Corona-Krise eine Corona-Chance gemacht hat, ist die Krawattenmanufaktur Auerbach hier in den Hackischen Höfen. Da die ihre Läden auch zumachen mussten, haben die sich gedacht, ach, man kann ja auch was Sinnvolles tun und stellen deshalb Mund-Nasen-Schutz-Masken her. Und das gucke ich mir jetzt mal an. Wie sind Sie auf die Idee gekommen, von einer Krawattenmanufaktur jetzt Mundschutz herzustellen? Naja, also das war natürlich eine krasse Situation. Wir haben elf Geschäfte und auf einmal gibt es eine Verordnung, jetzt werden mal alle Geschäfte zugemacht. Da fällt man erstmal in eine Schockstarre und weiß erstmal überhaupt nicht, was man tun soll. Das haben wir dann Kurzarbeit beantragt. Und dann habe ich mit Leuten aus der Branche gesprochen und da sagte mir irgendwann einer der Kollegen, sag mal, du hast doch Nähren, warum machst du denn nicht Mundschutz? Ich sage, ja, das ist eigentlich eine gute Idee. Und wir haben ja witzige Stoffe. Und warum soll man sich das Gesicht nicht bedecken mit einem schönen Stoff? Man muss das ja nicht nur in weiß machen oder in einem Krankenhaus grün, sondern man kann das natürlich auch mit schönen Streifen machen, mit Karos, mit Flamingos, whatever. Und dementsprechend habe ich dann meine Chefdirektrice angerufen und gesagt, hör mal zu, seid ihr in der Lage, meinst du, wir können Mundschütze machen? Und zu der Zeit habe ich das auch noch Mundschutz genannt. Ist ja heute verboten, darf man ja nicht mehr. Haben wir alle dazugelernt. Wir sind Gott sei Dank nicht abgemahnt worden, weil wir relativ schnell umgeschaltet haben, dann auf die richtige Begrifflichkeit Mund-Nase-Maske. Da ist überhaupt nichts Medizinisches drin. Letzten Endes könnte man auch sagen, das ist ein Accessoire, dass dann eben denjenigen, der die Maske trägt, alle anderen vor Corona schützt. Oder jedenfalls, na schützt, würde ich jetzt, darf ich auch wieder nicht sagen, eine Maske, die derjenige, wenn er trägt, gegebenenfalls alle anderen vor Corona schützen könnte. Und war das eine große Umstellung, jetzt von Krawatten, Fliegen, Nähen auf Mundschutz? Gab es da bestimmte Vorgaben, wie so ein Mundschutz, Entschuldigung, ich sage es jetzt auch schon Mundschutz, ne? Also Mund-Nase-Maske. Muss man wirklich aufpassen. Mund-Nase-Maske, ganz wichtig. Mund-Nase-Maske. Gab es da Vorgaben, wie die zu nähen sind, oder ist man eigentlich frei in der Entfaltung? Wir haben das tatsächlich so gemacht, unsere Masken sind wie ein Kummerbund. Und die haben Falten und die legen sich komplett auf das gesamte Gesicht. Ich darf das mal demonstrieren. So. Die Falten, drei Stück, kann man so auseinanderziehen und das, den ganzen, die ganze Maske so positionieren, dass man hier oben, hier oben hat man Luft, hier kommt die Luft rein, hier ist aber komplett abgeschlossen und an der Seite ist auch komplett abgeschlossen. Das heißt, die Partikel, die fangen sich hier in dem Bereich ein. Das ist natürlich so, dass man jetzt sagt, Mensch, die kann ja auch durchsippchen. Natürlich, deshalb haben wir sie doppelt. Man kann die auch dann anschließend von beiden Seiten tragen. Ah. Ja, also es ist ja so praktisch der doppelte Stoffaufwand. Das ist aber auch für uns gar nicht schlimm. Deshalb kostet sie auch 18 Euro, weil wir eben von beiden Seiten die tragen können. Und natürlich ist es ein ganz, ganz großer Aufwand, die wie ein Kummerbund erst mal zu stecken in die drei Falten und dann erst zu nähen. Also eine Maske, so wie die ist, dauert ungefähr so um die zwölf Minuten zu nähen. Das ist schon für so eine Maske sehr lange. Wenn Sie zum Beispiel in eine Schneiderstube gehen, die tackern die ja da, die nähen die einfach mit einem Schnellnäher runter. Zack, zack, zack. Gummi dran. Fertig. Das hat auch seine Berechtigung, selbstverständlich. Das ist ganz klar. Wir machen es so, weil wir halt einfach mit dem Handwerk so vertraut sind. Wir machen sonst Krawattenschleifen, Hosenträger. Da ist es natürlich so, dass wir natürlich auch anders an die Sache herangehen, als das andere Unternehmen tut. Wie viele Leute arbeiten insgesamt an den Masken? Insgesamt arbeiten jetzt, also wir haben sieben Feste und 20 Externe habe ich bis jetzt dazu bekommen. Wie viel schaffen Sie am Tag? Wir sind jetzt bei guten 1000. Die Wartezeit ist zwischen 10 und 14 Tage. Wir arbeiten gerade das relativ schnell ab. Vielleicht ist es, kann man es, aber ich will mich da nicht so festlegen, 10 bis 14 Tage und wenn es mal zwei Tage früher ist oder zwei Tage erst, dass man die Maske bekommt, dann ist es auch gut. Also Riesenmarkt auf jeden Fall, da man hat aus der Krise eine Chance gemacht und es geht anscheinend auch Maske mit Krawatte zusammen. Ja, ja. So, nochmal das Ganze angelegt. So, zusammen in der Kombination mit Krawatte. Das bieten wir so jetzt im Internet nicht an, das kann man aber bei uns bestellen. Also jemand, der beispielsweise in einem Bürojob arbeitet und sagt, ich möchte aber weiter mit der Krawatte gehen, muss aber draußen oder möchte draußen Mundschutz tragen und legt sehr viel Wert auf Stil und Style, fertigen wir das natürlich selbstverständlich. Ja, dann kurze E-Mail an support.auerbach.berlin und dann müssen wir mal gucken, dass wir das realisieren können. Eigentlich ist der Berlin Partner dafür zuständig, Firmen von außerhalb nach Berlin zu holen, damit die sich hier ansiedeln. Auch in der Corona-Krise ist das jetzt nicht ganz so einfach und da haben die sich gedacht, wir machen aus der Krise auch eine Chance und unterstützen hier die Berliner Wirtschaft. Wie das genau aussieht, das weiß Raquel, denn die hatte den Chef, Dr. Stefan Franzke, bei sich im virtuellen Wohnzimmer. Eine Stadt, ein Netzwerk mit 230 Partnern, das ist Berlin Partner. Die aus Wirtschaft und wissenschaftlichen Unternehmen und Unternehmen stärken Berlin als einen Ort zum Leben und Arbeiten. Dass unternehmerische Erfolge von einem starken Netzwerk ausgehen, sieht man anhand Berlin Partner. Die Ausbreitung des Corona-Vere stellt die Wirtschaft vor große Herausforderungen. Als Wirtschaftsförderin des Landes Berlin wird Berlin Partner ihr Netzwerk in dieser schwierigen Situation begleiten, informieren und unterstützen. Danke, dass Sie dabei sind bei Mensch at Home. Ja, sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung. Jetzt möchte ich erst mal im Vorfeld fragen, wie geht es Ihnen? Also mir persönlich und meiner Familie geht es den Umständen entsprechend sehr gut, das muss ich schon sagen. Und auch beim Berlin Partner sind alle gesund und munter und arbeiten von zu Hause. Von daher, wir sind einsatzbereit. Wie lange sind Sie denn schon im Homeoffice? Ja, das ist jetzt fast die vierte Woche, die wir mittlerweile haben. Wir haben frühzeitig angefangen, waren gut gerüstet und sind jetzt gut dabei. Gut dabei. Jetzt erzählen Sie mir über Berlin Partner, Ihre Tätigkeit. Ja, die haben, also die normale Tätigkeit ist ja, dass wir viel in der Welt unterwegs sind, viel Marketing machen, Unternehmen besuchen, um sie nach Berlin zu bringen und dann natürlich auch die Unternehmen, die in Berlin sind, zu betreuen. Letzteres können wir immer noch mehr machen und machen wir und auch in einem viel verstärkten Maße. Das Erste, sozusagen, Marketing machen, wie vibriert das Leben ist, das macht keinen Sinn. Von daher sind wir jetzt mit dem Marketing, unterstützen wir dem Berliner Senat, das Rote Rathaus, in der Kommunikation. Beispielsweise ist es ja ganz wichtig, dass wir alle wissen, wieso wir dieses Auseinander haben und dass die Handhygiene wichtig ist. Und ganz toll sind ja die jüngeren Menschen unterrichtet über Social Media, aber wie ist das eigentlich mit denjenigen, die nicht Videotelefonie können oder die kein WhatsApp haben und nicht in Facebook sind. und um die wollen wir uns jetzt auch kümmern. Das sind nämlich vor allen Dingen, es ist ein Teil der älteren Bevölkerung und die wollen wir mit Kampagnen im Papier, also Tagesart und Postwurfsendungen auch bekommen. Und dann sind wir ganz viel in der Hotline unterwegs. 50 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind in einer eigenen Hotline bei der IBB und bei Berlin Partner und beraten Unternehmen. Und zwar nicht nur die großen Unternehmen, sondern auch die Selbstständigen, Fitnesstrainer, Flötenlehrerinnen und alles Imbissbesitzer, Tanzschulenbesitzer und wir geben da Hilfestellung, wie man jetzt diese wirtschaftliche Krise möglichst schadlos da wieder rauskommt. Wobei eins muss man natürlich sagen, so einfach ist es nicht. Das ist schon eine sehr starke wirtschaftliche Änderung, die wir alle erfahren. Kommen wir noch mal auf die Hotline zurück zu sprechen, die gibt es auch jetzt am Wochenende und ich werde auch die Nummern alle einblenden. Wunderbar, genau, also die ist tatsächlich auch am Samstag besetzt von 9 bis 15 Uhr, weil die Beratung natürlich nicht am Wochenende aufhören kann und das, was wir auch haben, ist, dass, wenn man vielleicht mehr zuhören möchte, da haben wir sogenannte Townhall-Meetings, auch Telefonnummern und Internetlinks, wo man sich reinschalten kann, da sind bis zu 1000 Personen dann auf einmal und wir beraten mit der Agentur für Arbeit, wie ist es mit der Kurzarbeit, wann ist es sinnvoll, was kann ich machen, was bedeutet das finanziell, aber auch mit Förderexperten der IBB sind wir mit dabei und auch mit Anwälten, die über das Arbeitsrecht was sagen, um möglichst viele Leute zu erreichen, um möglichst vielen Menschen zu helfen. In der Krise gibt es jetzt auch neue Jobs, habe ich auf Twitter gesehen, dass Sie eine Kampagne haben, Heldinnen gesucht, was hat es damit gesucht? Das finde ich ja wunderbar, dass das Marketing in Social Media funktioniert hat. Ja, also tatsächlich ist es so, dass auch tatsächlich jetzt durch die Krise Arbeitsplätze zusätzlich entstehen. Ich meine, wir haben vielleicht mitbekommen, dass beispielsweise McDonald's, die weniger Arbeitskräfte jetzt benötigen, weil sie nur einen Lieferservice haben, die Mitarbeiter gefragt haben, ob sie nicht für Aldi auch arbeiten können, um dort die Kassiererinnen, Kassierer, die Lagerarbeiter zu entlasten. Und das haben wir an vielen Stellen und da vermitteln wir natürlich auch und wir haben auch, das merkt man dann in so einer Krise, auch eine Abhängigkeit mit polnischen Arbeiterinnen und Arbeiter, die jetzt nicht mehr nach Brandenburg und Berlin kommen und das merken wir schon im Dienstleistungsgebiet. Von daher haben wir so eine Plattform und vielleicht ist es ja vielleicht auch gerade für Studierende, die vielleicht den Lebensunterhalt auch zusätzlich aufgebessert haben, indem sie gejobbt haben, wie man das so sagt und diese Jobs jetzt wegfallen, dass wir da eine Möglichkeit bieten, dann auch nochmal Geld zu verdienen. Das stimmt und ich bedanke mich bei Dr. Stefan Franzke, dass Sie beim Mensch at Home dabei waren. Vielen Dank. Vielen Dank. Machen Sie es gut. Bleiben Sie gesund und munter. Sie auch. Vielen Dank. Tschüss. Tschüss. Und damit sind wir bei den Wetteraussichten. Heute Nacht zeigt sich der Himmel wolkig und das Thermometer fällt auf 4 Grad. Das Wochenende startet schön. Wir können uns auf strahlenden Sonnenschein und 11 Grad Höchsttemperatur freuen. Und der Ausblick, es wird immer besser. Sowohl der Sonntag als auch die neue Woche bieten Sonne satt. Und es wird vor allem auch immer wärmer. Der Frühling kommt mit zunächst 15 Grad am Sonntag, 19 Grad am Montag und 21 Grad am Dienstag. Wie Sie sehen, liebe Zuschauer, in jeder Krise stecken auch viele, viele Chancen. Daher würde ich sagen, lassen Sie uns positiv denken und diese Chancen nutzen und ergreifen. Ich sage Dankeschön, dass Sie wieder mit dabei waren bei TV Berlin Aktuell. Ich wünsche Ihnen ein schönes und vor allem gesundes Wochenende. Bis Montag.